es müssen doch spieler sein es kann ganz also wenn die plakette und ich sehe keinen weist außer die namen sind rein weg nur klein gestiegen dann kann es auch sein dass das ist ich sehe gar keine namen ich sehe bloß immer oben die ersten treiben die anderen plaketten ja hinten hinten am spon da ist was sind zwei da sind zwei auch mensch jetzt kriegt ich doch mal wieder ein aber was ist denn was ja man der denn immer die kommen jetzt auch hierher die sahen nicht sehr gut equipped aus aber die tauchen gleich da hinten irgendwo auf laufen ja schon am zaun lang die werden gleich da beim lkw auftauchen beide habe ich aber ich glaube das waren die schlechtesten gerade hat mir mein kiel geklaut ja das war ein ganz schlechter und er hat auch eine geile waffe glaube ich ihm direkt mal die waren besser equipped als ich ich hatte bloß eine läppische 3er body armor und jetzt habe ich eine vier spieler zwei spieler ja ich sehe es da habe ich was beide mit einem headshot aller tut hier leck mich dann bringen sie um du kannst den linken nehmen den markierten ok dann sag ich dankeschön auch eine geile waffe meine ist wieder gekommen ja glaube ich weil die hier auch ein gutes zeug dabei haben auch ziemlich nah wiedergekommen ok ich bin auch noch gereizt also diese raben also das geht mir irgendwie schon auf den sack ey alle zwei meter an der hirn halt's mal ich weiß nicht wie er mich wie er warum er schon wieder auf mich geschossen hat als ich war noch nicht mal dran auch eine geile waffe pp munition ja pp ist gut besser als prs ja aber hier vorne war noch einer aktiv ok dude was war mit das war meine oder ich glaube ich habe meinen gekillt wen dein ach so du siehst du doch an namen oder er steht wie eine 1 das ist genau den den ich gerade der für mich wieder gekommen ist er steht ja noch blöd rum wer stand da rum er steht immer noch siehst du nicht oder liegt er bei dir bei mir steht er immer noch bei dir steht er ne tja und vor allen dingen ey die waren schon nicht schlecht ausgerüstet ne die rp16 ist ne gute waffe also davon mal abgesehen aber mit der prs muni halt nur ne warte hier ist was ne 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 trotzdem noch mit raus das geht ein auf den keks das ist so richtig nervig hinten auf dem sniperberg sitzt ja was hast du für munition gibt es hier eigentlich auch was zum atmen anhalten weil bei mir hat es gerade geschwankt als ich ich kann es dir nicht sagen also du hast ich versuche es immer aber ich glaube es nicht was ist denn das hier für ein laser laser und drei besten ruhig immer anmachen gegner sieht den laser nicht oh irgendwas schießt ja auf mich ja hier unten laser bringt irgendwann unheimlich große hüftfeuergenauigkeit wenn er an ist okay alle sache aber die gegner sehen den nicht so gut zu wissen basement hab ich hier für den schlüssel nö da war doch gerade ein gegner da hat doch einen rumgequiekt ach hier auf dem dach nö äh verstehe ich nicht oder war es doch ein spieler der sie jetzt hier reingesetzt hat da irgendwo habe ich auch steps er stand ja unten an der mauer du kannst halt kürbisse finden auch in halt in der map okay natürlich seltener so unendlich viele wirst du nicht finden aber ab und zu wirst du mal einen kürbis finden ach der ist schon hinüber aber hier hat noch keiner gelootet und wenn einer gelootet hat dann ganz ganz schlecht wieso sammelt er die pp munition nicht ein oder hau mir doch ab ey jetzt habe ich das top tech weggeschmissen und er nimmt den mist einfach ja der will dich jetzt gerade richtig ärgern also heute der freilag geht mir heute richtig auf den sack muss ich mal so sagen irgendwie freust du dich weißt du auch dass du dich ja nicht zu viel freust habe ich so das gefühl ich habe doch das top tech es ist noch da komm hau mir ab er zeigt es mir an als dass es weg ist und es ist aber noch drin du siehst es bloß nicht das ist vom spiel verbuggt das habe ich auch sehr oft aber nicht nur beim dock tech sondern insgesamt bei allen möglichen scheiß und er ist auch zu blöde irgendwie die 4 pp auf die 22 noch drauf zu packen oder habe ich da auch mehr drin als 22 ach man hör mal auf warum warum ist das so fragen über fragen das nervt mich einfach aber das mit den mit den ansehen back sage ich mal das ist normal der war doch gerade was in den gebirgen und hat geschossen ich glaube da oben ist ein spieler aktiv ja also wenn du den meinst den ich gerade erst mit der sks das hört sich stark nach der sks an aber die schüsse hören sich ziemlich nah an die sind hier bei der villa ok hab's umgebracht mhm einer hat sich selbst umgebracht die müssen sich beide selbst um hä und leer oh ne ich wollte gerade sagen kann doch gar nicht leer sein gut wie leer meiner hat sich auch so gut wie gar nichts ist die 30 rs 57 n 231 ist das was gutes eine was munition die waren zwei das war ein dreier team also ich habe bloß zwei erschossen glaube ich oder die standen hintereinander und ich habe durchgeschossen das ist nie lila ne lila ist meistens gut hm oh die sks geil du hast die sks eigentlich könntest du ein bisschen munition aussammeln nö die 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 herzlichen willkommen und dankeschön für dein resub 12 monate 12 monate einer wahnsinn krass krasser typ da ist gerade action danke törk und wie geht's hier ist noch so ein helan an die body drin hauchttor das erste jahr voll wahnsinn ich sag's dir törk krass zwölf monate zwölf monate zwölf monate zwölf monate schon mhm oha das erste jahr voll ja so lange hält das schon aus mit mir wahnsinn mhm ah die gehen raus schade auf haupttor haupttor ist doch das der ist tot achso mhm der hat einen 1a headshot kassiert Ey, richtig krass, oder? Ey, das waren ja mal übelst viele Spieler heute hier. Ja, Wahnsinn, ne? Oh, das kenne ich. Das ist mir auch mal passiert. Mit der Ätze. Auf der Straßenbahnschiene in Naumburg ausgerutscht. Ach, junger Kerl. Ich sage dir, Dirk, wir werden nicht jünger. Das ist, glaube ich, nichts mehr für uns. Solche Experimente. Ah, warte mal, Haupttor. Das ist doch das, wo wir jetzt gerade hingehen. Oder? Ne. Läuft bei dir, Dirk. Haupttor. Aber hier waren sie noch nicht drin. Ne, hauptsächlich genau andere Richtung. Guck hier unten aber im Bunker. Hier, ich bin voll. Obwohl, jetzt auch. Ja, ich auch. Dirk, das ist ja cool. Ich sehe den auch. Mit der bin ich sogar schon gefahren. Was, Spieler? Bei dir dort? Ey, Wahnsinn, oder? Nein, ich bin tot. Nein. Du musst sie alle umbringen. Ja, ich liege hier am Dreck. Sind zwei, glaube ich, noch mal. Du bist da vorne ganz gestorben. Ne, ich bin hier. Ich komme jetzt zu dir gekrochen. Ach so. Ja, dann lass uns hier hinterm Baum. Cooles Ding. War nur einer da hinterm Baum. Thanks. Danke. Das war nah. Vielleicht hat er Essen für mich. Heilt er sich mal? Also, ich bin... Ich hätte gedacht, es wären zwei gewesen. Ah, da hat er kein Essen für mich. Aber sowas ist geil, Dirk. Das finde ich geil. Also, wenn du dann auch noch die Früchte deiner Ernte siehst. Das ist schon zum Ausgang. Ich will eher weg. Ja, komm noch nicht wieder. Ich sehe keinen... Ach so, nein, gut. Das siehst du ja. Ich sehe das mal so... Wenn er ihnen irgendwo den letzten hitgegeben hat. Mhm. Aber ich bin voll gelootet und alles. Ja. Und möchte jetzt einfach nur noch raus. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ich mag sowas so handwerkliches. Was steht jetzt da? Ach, da brauche ich zwei Doktrips. Ne, ich gehe runter zu dem anderen Ausgang. Ja, er schnieft und schnauft. Ich komme mit. Dann war das wahrscheinlich die, die uns gerade hier entgegen kamen. Die hier unten beim Factory Gate waren. Oh. Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich... Ja, sein Kumpel da noch. Von dem, den du gerade erschossen hast. Einen, der ist gestoppt. Ich weiß nicht, wohin der geschossen hat. Aber... Wo kann ich Wasser finden? Hm. Ich muss auch raus. Mir hungert. Nicht nur dir. Oh, das war dumm. Oh, aber... Eieiei. Einfach. Ich freue mich auch schon drauf, wenn meine Garage fertig ist. Das wird ja dann auch so... Hol ich mir ein bisschen Werkzeug. Bisschen... So zum Basteln irgendwas. Vielleicht... Was mit Holz oder so? Das war Vader super cool. Nee, okay. Uaw. Musik 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 Musik